Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Rekord im Himmel und Chris. Heute leider ohne Webcam, weil ich jetzt keinen Bock hatte, die extra wieder anzumachen und weil ich sowieso heute total scheiße aussehe, ich bin total müde, wie es halt immer an einem freien Tag ist, wenn man mal einen hat. Und ja, ihr seht es schon, ich habe mir ein paar Augs hier geholt. Ich werde nämlich einen Pink Tread-Up für die Desolate Space machen. Ich will unbedingt diesen M4A4 Skin haben und wir könnten auch auf jeden Fall richtig mit einem Plus hier rausgehen oder halt mit einem harten Minus und das wäre richtig scheiße. Ich blende euch unten links einfach mal die Preise von den Skins ein, die ich bekommen kann. Ich habe jetzt Ausgeben für diese 10 Augs habe ich 12 Euro und entweder bekomme ich halt die Bloodsport, die 2,60 Euro wert ist, entweder bekomme ich die Imperial Dragon, die auch 2,60 Euro wert ist mittlerweile oder ich bekomme halt die Desolate Space, die immer noch 24 Euro wert ist und das wäre ja schon übel zick irgendwie. Deswegen, das ist jetzt mein erstes Pink Tread-Up überhaupt, was ich mache. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich bin jetzt echt ein bisschen gespannt. Es hat eine 33-prozentige Chance, dass ich hier mit einem Plus rausgehe. Oh shit, man. Gut, also. Oh shit, also. 33-prozentige Chance auf was Gutes. Ich hoffe so, dass es die Desolate Space ist, dann habe ich mein Geld sozusagen verdoppelt. So. Gut, dann schreiben wir mal hier Chris hin. Oh, das ist mein erster Tread-Up, wo ich hier richtig Minus machen könnte. Aber natürlich, wie alle anderen, mache ich hier auch einen richtigen Dicken Lümmel hin. Das ist einfach so richtig behindert. Das macht einfach jeder. Und das verdeckt mir natürlich. So. Komm schon, bitte. Ich will unbedingt die Desolate Space haben, dann habe ich ein Plus von 12 Euro gemacht. Also sozusagen verdoppelt dieses Tread-Up. Gut, das müsste eigentlich reichen, so. So, und jetzt heißt es einfach nur hoffen. Ich hoffe so, dass es was Gutes wird. Okay, jetzt reicht's. Gut. Ich drücke jetzt auf Absenden einfach. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Fuck my life.